Läuft! Komm schon! Dank! Jetzt häng ich fest! Voila! Prost! Und David! Hallo Leute! Auf unser Wiedersehen und auf uns oder auf euch? Nee, warte mal! Auf alle! Prost! Und auf Andi! Ich hab immer noch ein ganz flaues Gefühl im Magen. Ich glaub nicht, was gestern passiert ist. Ja, es ging mal wieder drunter und drüber hier. Hier war richtige Krisenstimmung. Erst diese typische Stresskiste zwischen Helena und Andi. Dann ist Andi wutend brand abgehauen, hat sich auf sein Motorrad geschwungen und ab. Ja, und dann standen hier die Bullen vor der Tür. Und haben uns gesagt, dass Andi einen Unfall hatte und gestorben ist. Tja, aber zum Glück haben sie sich vertan. Einfach mal so. Ja, die Sache ist die, irgend so ein bescheuerter Typ hat Andi beklaut. Also Geld, Papiere, Motorrad und ist dann mit seiner Maschine abgezischt. Und auf irgendeinem Feldweg ist ein Schreuder angekommen und jetzt ist er halt tot. Ich versteh diese Raser einfach nicht. Was wollen die sich denn beweisen, wenn die mit 200 Sachen durch die Gegend brettern? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Andi geht's gut. Nur wir beide, wir waren gestern ein bisschen durch den Wind. Als die Polizei da vor der Tür stand und meinte, Andi ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das war ein ganz schöner Schock. Also Leute, wir haben da gestern unsere Lektion gelernt. Deswegen, bitte fahrt immer vorsichtig. Fuß runter vom Gas. Darauf stoßen wir nochmal an. Auf uns. Aufs Leben. Und auf euch natürlich. Und auf Andi. So. Darauf. Ciao. Ciao. Du hast wieder Milch vergessen und Zucker. 요. that Including. Vielen Dank.